Hallo, ich bin Fabian aus Südtirol und ich bin Torwart. Bei den Trainings bin ich immer voll motiviert dabei. Ich bin Torwart. Ich bin Torwart. Ich bin Torwart. Auch zu Hause im Bett kann ich das Fußballspielen einfach nicht lassen. Schon so hart ich denken kann, bin ich riesenloser FC Bayern. Auch im Garten muss ich unbedingt Fußball spielen. Und wenn keiner mit mir spielen will, muss eben die Wand herhalten. Auch das Dach ist nicht sicher vor mir. Und nach einem anstrengenden Training ist ein kühles Ballana einfach das Erfrischendste und Beste. Und jetzt geht's ab zu unserem FC Bayern-Fan-Treffen. Ich bin Paulana-Fan, Zielstrebig, Ehrgeizig, Motiviert, sehr, sehr großer Bayern-Fan. Und der Richtige für mich.